End? Die sind drin, die sind drinnen. Kannst du dir sicher sein? Ja, ja, ich weiß. Die warten auf uns. Die wissen, dass wir hier warten. Ja, ja. Und rein. Rein. Oh, und auch. Ja, ja, ist doch gut, ist doch gut. Wo sind sie? Warte kurz, pass auf, dass du... Ja, 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 ja. Ich bin schon gejoint. Ich bin schon gejoint. Hallo. Wir probieren uns mal wieder gemeinsam zu kämpfen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bro, es sind nochmal spawnen, kurz, ach da. Die Richtung, okay. Kommt. Spawn auf fünf Sekunden, ich brauche noch fünf Sekunden. Ja, ich renne schon mal hin, in die Richtung. Ist das schneller, oder nicht? So, komm mal. Ich bin jetzt aus dem Nasser abhundert, ich heule. Wir haben das geschrieben in Nasser auch noch nicht, oder? Oh, ich bin gespannt, wie die sind. Ey, wenn die doch gut ist, dann fangen wir mit Enderperle weg, okay? Ja. Und dann gehen wir wieder zu Lennox, okay? Ja. Gut. Davon ist das spawnen. Also Enderperle nur werfen möglich im äußersten Notfall. Und wir werden möglich, wenn wir einfach wegführen. Was? Ja, ja, genau. Also auch nicht Enderperle werfen, wenn du unter zwei, äh, unter zwei Herzen müsst. Oder unter drei. Weiter stopst du safe. Warte kurz, ich muss... Fressen. Ich brauch fast essen. Ich muss gleich auch mal ein Schwert nur auf die Eins legen. Ich hab ja nur mein... Ja, mach jetzt schnell. Mach jetzt schnell. Wir haben an... Wir haben begrenzt Zeit. Gut, komm. Ich bin da. Ich muss noch Blöcke runterlegen. Aber das ist ja ein Ding, dass die jetzt erst Nasser gehen. Ich hab die ganze drüben genommen. Ich bin fast. Ich bin jetzt fast beim Nasserportal. Ja, ich seh dich da vorne. Wir müssen aufpassen. Siehst du das? Ob die nebenbei wieder aus dem Nasser rausgehen? Weil er hätte ja auch sein können. Ich seh nicht. Gesehen haben, dass die joinen. Und dass wir so joinen und direkt irgendwo hingehen. Okay. Warten. Okay. Wann gehen wir? Die können jetzt direkt warten. Wir warten jetzt hier, oder wie? Ja. Geh ich kurz zu dir? Pass auf. Ja, ja. Ich bin doch hier. Und die können jetzt... Die können jetzt... Die können jetzt natürlich da drin sein. Und die werden da von uns könnten. Also die könnten da drin sein, deswegen ja. Wie geht's? Wie seid ihr so? Ach, ich hab grad so viel. Ich auch. Ich hab grad so echt in Minecraft... Farmt ihr. Und? Die sind drin, die sind drin. Ganz sicher. Ja, ja, ich weiß. Die warten auf uns. Die wissen, dass wir hier warten. Ja, ja. Und rein. Rein. Oh, und? Ja, ja. Ist doch gut. Ist doch gut. Wo sind sie? Warte kurz, pass auf, dass wir keinen Fallschaden und so passieren. Ja, ja. Erst noch ein bisschen umsehen. Dann beide... Hier, glaub ich, lang. Weil beide sind die Fallen rum. Wir müssen uns kurz umsehen. Ja, dann scheuen die vielleicht wieder. Unwahrscheinlich. Doch. Guck nach dem Arm. Guck nach dem Arm. Ja. Oder wollen wir einfach hier beim Portal warten? Wir müssen trotzdem nach dem Arm gucken. Du lass mal kurz Quarz noch nie mehr abbauen. Wir brauchen eine HLB. Ja. Ja, pass auf wegen Fallen, ne? Unwahrscheinlich. Also ich baue auch nur erstmal ne Decke ab. Ja, das ist ja ein Ding. Die haben halt so durchgängig schon da oben die Witze. Ja, ne? Ja, Leute, wir... Schreib mal normale Welt. Ich hab Spawn geschrieben. Ja, dann lügen wir ja nicht, ne? Wir sind beim Nether Spawn. Du musst jetzt aber auch die Kolonaten merken, weil wir immer zu weit weg gehen. Ja, ja. Das ist... Und... Fragst du mal, ob sie einen Kampf wollen? Nee. Das ist... Die kommen schon. Ja, die müssen kommen. Ich geh mal nur zu dir. Die haben richtig Schiss gerade wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ich auch so ein bisschen. Aber ich bin eher angespannt als... Ich zitter grad einfach nur richtig. Ja, ich auch. Ich bin grad nicht... Ich hab nicht Schiss, aber ich bin eher angespannt als dass ich Schiss habe. Ja. Und man kommt da auf... Wo komplett anders raus, wenn man... aus dem Nasser-Putter rausgeht. Ja. Deswegen müssen wir jetzt hier bleiben, bis die kommen. Sonst haben... Sonst hat sich das nicht gelohnt. Sind die da hinten vielleicht? Ja. Die können da sagen, wir schon Blöcke sind. Ich glaub, wir suchen das Blaise Bonner und da vorne ist eine Festung. Ich weiß nicht. Da war Schicker bei der Festung. Ich weiß. Und da ist er gestorben. Ja. Und dann ist er gestorben. Deswegen dachte ich ja, dass die da vielleicht hingehen für ähm... Für Dings da, für Blaze. Ich hab einen gesehen, deswegen. Komm mal. Die haben sich safe irgendwie so am Spawn eingebaut oder so. Jaja. Ja. Dann warten wir jetzt. Wir warten, wir warten. Okay. Spawn. Ja, klar. Komm. Ja, ja. Nasser. Im Anfangsloch. Ey, bist du beim... Ich weiß nicht, wo du bist. Hier, ich bin hinten. Ich bin beim Portal. Ich bin hier. Startet doch erst in 15 Minuten. Was startet erst in 15 Minuten? Den Nasser. Schiss, oder? Schiss, oder? Nee, das prägt's. Die haben im übel Schiss gerade. Kannst du sicher sein. Ja. Ich muss noch mal ein bisschen kurz... Die haben voll dir, oder? Das sagen sie. Die haben gerade das Leder gefunden und ähm... Messer betreten, also... Wer weiß, was... Kann sein. Kann sein. Kann sein. Jaja, die haben 100 pro Schiss. Ich hab aber auch Schiss. Du hast... Du hast schon einen Power 4 Bogen gemacht. Ich hab... Ja. Wie viel Pfeiler haben wir noch? Äh, den Zerbetischen, so haben wir ja jetzt nicht dabei, ne? Nein, ich hab nicht mitgenommen. Ist egal, ist egal. Ich hab neun da unten. Ich hab elf. Wenn wir die Keen kriegen, wäre sowieso. Ich mache, äh, neun Pfeiler. Ich habe 21. Okay. Gibst du nur noch ein, zwei? Ja, ja, komm. Wollen wir rausgehen? Oder noch ein bisschen fahren? Ne, wir warten jetzt hier, bis die kommen. Die werden nicht kommen, kann sie sicher sein. Ja, aber die sind ja im Nether. Hm, da... Na, sie kann auch wieder abgehauen sein und dann kämpfen sie bei einem anderen Portal. Dann frag sie doch mal, wo... ähm... Ob sie denn fight wollen. Wieso du nicht? Wollt's? 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 Nein. Ja, ja, deswegen... Oh nein. Dann lass... dann lass raus genug. Dann sagt... Ach gut. ... wo ihr seid... und wir... lasst... ... euch... ... in... ... in... ... Ruhe. Äh, Finn? Ja. Ja, genau. Wir sind... ... also... besser... als... wir... ... ... ich... wenn die jetzt wirklich nichts davon, die sie gesagt haben, ich bring die so um... ... bist du beim Portal? Nee. Ich bin hier oben... ... wo Quartz ab. Ja, ich... ich bleib mal beim Portal. Kann sie sicher sein, die kommen nicht mehr ins Portal rein. Na, wollen wir dann rausgehen? Warte kurz, ich fahre noch mehr kurz die 18 Level vor dem Jahr. Dann gehen wir zu Vinox. Die sind nicht mehr in der Saar. Wir... ... auch nett. Okay, dann... ... was rausgehen. Wir schicken kurz. Die wollen Koordinaten schicken, ne? Also, die Lügen... ... wundertmal falsch. Okay. Komm, bis es kommt zum Portal. Ich muss erst mal kurz rauskommen. Ich warte beim Portal. Die stehen 100 pro beim Portal, ne? Ich hab Gott kurz, ne? Ich hab kurz, ne? Das ist... ... in der Nähe von Sporn. Komm. Okay, da kann sich... ... gap kurz. Ja, mach ich. Gott. Ein, ein Gap. 3, warum ich doch? Ich werde in die Hand drin kämpfen. Overworld. Hier ist das andere, also. Gut, dann lass den kurz gehen. Oh, hier sind. Geil, geil. Also 800, warte, warte, warte. 800 und 860 von Vinox. Da gehen wir hin, okay? Nee, geh zu dir. Lass zu dir und einfach kurz. Ja. Wo bist du? Äh, ich bin ja noch... Ich bin noch im Portal, fast. Ja, der andere bist du. Okay, dann. Geh mal hin, ich folg dir. Ich weiß nicht, ich kenn ihn kurz nicht. Sag mal mal, sag mal mal. Sag mal mal. Ähm. Oh, das ist weit weg. Ja, nee, die sind safe nicht da. Okay, nur 52. Gehen wir zu... Äh, Vinox. 52. Die sind halt safe 2000, die sind locker 2014. Blöcke weg. Lass zu Vinox gehen, ne? Da... Machen wir jetzt auch. Die alle aus wie kurz? Ja, komm. Folg mir. Welche höher sind die denn? 68. Folg mir. Sonst musst du nachher allein laufen. Weißt du, wo ich bin? Ja. Schau mal, Vinox Quads rein. Schau mal, Vinox Quads rein. Ey, so weit, so weit sind wir gar nicht weg. Schreib du mal Vinox Quads. Ich muss lesen. Ja, okay. 800... 33... Ne... 880... 860. Sind... Villagerdorf. Oh Gott. Ja, loot mal kurz. Vergreifen. Ne, 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 ist ja schon 100 pro gelootet. Okay. Müssen aber langlaufen. Ja, das ist jetzt das Problem, dass wir hier gespawnt sind, weil wir haben gleich keine Folge mehr. Wir haben drei Minuten, ne? Schaffen wir, glaub ich, nicht mehr. Belongen uns da aber nicht aus, bei denen. Wenn wir die sehen... Aber wir müssen auch aufpassen, dass sie dann nicht zu Vinox gehen, weil ich hab die Coldstar gerade geschickt. Ja, warum schickst du die denn? Da ist all unser Stuff! Oh, stimmt. Och man, Junge, bist du... Ich... ich dachte, ich soll dir die geben, weil du da irgendwie hinlaufen willst. Ah, fuck. Junge! Denk zweimal nach. Aber ich glaub, die gehen da auch nicht hin, aber echt, ne? Das ist echt nicht schlau gewesen, gerade. Wo bist du denn? Ich lauf zu den Chords grad hin. Ich hab gesagt, wenn du mir nicht folgen willst, dann musst du dir selbst hinlaufen. Ach, ich eigentlich. Ja, dann folgst du mir. Du bist du in der Wüste. Du bist in der Wüste noch? Oh Gott. Ja. Ah, das war leicht dumm gerade. Ja, das war nicht leicht dumm, das war sehr dumm, weil dann haben wir keine Enchantment-Täbel und keine Bücher mehr. Und in den Anboss auch nicht. Na, Anboss... Da vorne bist du. Woher war ich denn? Finn? Doch mal falsch. Hallo. So. Zwei Minuten noch. Junge, Junge, Junge. Was? Sind wir da falsch gelaufen? Ne, alles gut. Ja, aber du... Du musst bloß früher abbiegen, sagen wir so. Da bist du. Und ich folge. Tja, schaffen tun wir es bis dahin nicht mehr. Aber warum hast du Andy kurz geschickt? Damit wir jetzt safe unsere Sachen haben, müssen wir jetzt... äh... haben wir jetzt heute vier Folgen verschwendet. Na drei. War das, oder? Ne, drei. Aber da müssen wir wenigstens wen killen, in den Folgen. Ja, da müssen wir aber am nächsten auch über Nox töten. Ja, wir gehen dann... ne. Definitiv nicht. Jetzt. Zu spät. Ja, wie weit? Das brauchen wir denn noch weg, Alter. Wo ist es jetzt lang? Du läufst über die Berge, oder? Ja. Soll ich dir nochmal die Koordinaten sagen, dann läufst du einfach hin, okay? Hm. Sag mal nochmal. 883, 860. Ja, das ist 883, oder? Ja. In der Reihenfolge, wie ich es sage. X ist 800. 383 und minus 68. Ist gar nicht mehr so weit. 383 war das nicht, war 800. Minus 338 ist das nicht wahr. Äh, 388. 883? Ich hab, ich hab die Koordinaten offen von Bennox. Ja, das ist gut. Hier ist er nicht. Da vorne. Ja, ist vorbei. Gut. Nochmal, oder? Nee. Das ist sicher nicht. Wir warten jetzt, bis Bennox online sind. Ich bin ganz in der Nähe. Mhm. Und ich sehe schon den Wald, wo er ist. Und dann gehen wir dahin. Gut. Na, doof gelaufen. Frag ihn nochmal. Und wenn du sagst, was für ein leckerer Shop ist, wir wollen doch. Tschau. Gut. Bis zum nächsten Scott. Tschau. 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 Sh nuts. Tschau. Tijtam tongue. Tijtam. Vielen Dank.